Hallo und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Hast du dich jemals gefragt, warum du Nacht für Nacht oder einfach sehr oft zur selben Zeit aufwachst? Die Antwort könnte in den Tiefen deiner Seele verborgen sein. Die chinesischen Lehren enthüllen erstaunliche Zusammenhänge zwischen deinem Körper, der Zeit und deiner spirituellen Reise. Vor allem die Zeit zwischen 1 und 3 Uhr morgens ist hier interessant. Zwischen 1 Uhr und 3 Uhr morgens verbindet sich deine Energie mit der Energie deiner Leber. Dieses mystische Erwachen könnte also ein Ruf sein, dich deinen Emotionen und deiner inneren Stärke zu stellen. Denn die Leber steht ja genau für diesen Bereich deines Lebens. In der Stille der Nacht kannst du dich mit den Flüssen universeller Energie verbinden. Atemübungen und Meditation können dir helfen, diese Energien auszugleichen und zu harmonisieren. Natürlich nicht, wenn du schlafen möchtest, sondern zu einer angenehmen Uhrzeit deiner Wahl. Indem du achtsam und nicht ärgerlich mit deinem nächtlichen Erwachen umgehst, öffnest du dich für verborgene Botschaften. Lasse diese Momente also zu und freue dich, dass deine Seele mit dir kommuniziert. Gib deinen nächtlichen Reflektionen Raum. Nutze sie, um deine Intuition zu schärfen und deine inneren Widerstände zu überwinden. Erkenne, dass du Teil eines größeren kosmischen Plans bist. Dein nächtliches Erwachen könnte eine Erinnerung an deine Verbindung zur universellen Harmonie sein. In der Stille der Nacht offenbart sich oft die tiefste Weisheit. Sei also dankbar dafür und höre genau hin, was deine Seele dir sagen möchte. Wir hoffen, diese kleine Exkursion hat dir gefallen. Und wenn du Anregungen oder Fragen hast, schreibe uns gerne in die Kommentare. Natürlich freuen wir uns auch über einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!